Auf dem Stuttgarter Schlossplatz zum SWR Sommerfestival 2013. Jetzt live das Finale des SWR 4 Chorduells. Durch diesen spannenden Abend begleiten Sie Sonja Faber-Schrecklein und Michael Branig. Guten Abend und hallo Stuttgart! Schön, dass Sie gekommen sind zum großen Finale nach Stuttgart unseres Chorduells. Wir haben 70 Chöre anfangs gehabt. Heute sind vier im großen Finale. Diese vier Chöre geben ihr Äußerstes und ihr Bestes. Das tun wir auch und auf der Bühne werden Sie hervorragend unterstützt. Meine Damen und Herren, die SWR Big Band unter Leitung von Klaus Wagenleiter. Natürlich wird alles live gespielt heute hier. Und von den 70 Chören sind 40 in der Vorentscheidung gewesen, 16 letztendlich dann in den beiden Halbfinals. Und jetzt sind vier übrig geblieben. Und wir werden die vier besten Chöre hier in Baden-Württemberg küren. Wir, das heißt Sie zu Hause und die Jury hier. Und jetzt wird's spannend. Wer wird der beste Chor Baden-Württembergs? Wer macht das Rennen, Michael? Vielleicht der Chor D'Achor aus Neckarsohlen-Darmfeld. Oder die Stimmband aus Schwäbisch-Gmünz-Straßdorf. Oder die Murphy-Singers aus Stuttgart. Oder der Gospel-Chor aus Forst. Wir drücken all vier die Daumen. Sie haben es schon gehört im Vorspann, was wir heute für tolle... Und mein Michael hat sich jetzt auch zu wichtigen Personen unten ins Publikum hinunterbegeben. Denn die sind ganz, ganz wichtig für den heutigen Abend. Ganz genau, das sind meine kleinen Semino-Rossis hier unten. Das sind die fachkompetenten Juroren, die ich heute vorstellen darf. Prof. Dr. Hermann Wilske, er ist Präsident des Landesmusikrats. Rudolf Rolli vom Badischen Chorverband. Dann Andrea Schulz vom Schwäbischen Chorverband. Michael Wünsch, Frank Rotfuß, Michael Länge und Klaus-Peter Mayer als Vertreter unserer Partnerzeitungen. Die da sind, die Badischen Neuesten Nachrichten, die Fränkischen Nachrichten, die Rhein-Neckar-Zeitung, Schwarzwälder Boote, Stuttgarter Nachrichten, Südkurier und Südwestpresse. Und, ein Kollegen habe ich vergessen, das ist mein Kollege Eddie Graf. Den begrüße ich jetzt ganz besonders herzlich bei mir. Mit ihm wollen wir mal so ganz kurz klären. Eddie, wie haben es die Chöre geschafft, in dieses begehrte Finale zu kommen? Ja, Michael, die mussten einige Hürden überwinden. Wir hatten zunächst mal regionale Vorentscheide mit 40 Chören. Dabei sind jeweils die ersten beiden weitergekommen in die Halbfinals. Also 16 Chöre in zwei Halbfinals. Davon sind die vier Besten jetzt heute hier beim Finale und darauf freuen wir uns sehr. Auf was achtet ihr, Eddie und seine hochkarätigen Kollegen? Was gilt es zu bewerten, zu beurteilen? Ich würde es einfach mal mit Klangkultur umschreiben. Also wir achten darauf, wie die Stimmen zueinander stehen, wie gut artikuliert wird, wie gut man das versteht, was gesungen wird. Und natürlich der Gesamteindruck eines solchen Chores in diesem Ambiente, vom solchen Publikum, den wollen wir auch nicht außer Acht lassen. Ganz wichtig ist ja auch zu sagen, dass wir nicht nur die Fachjury haben, die fachkompetenten Herren hier in der Jury, sondern die Zuschauer spielen auch eine wichtige Rolle. Ja, es gibt ein Televoting. Das heißt, wenn Sie zu Hause heute Abend uns zuschauen, dann werden Sie später eine Telefonnummer bekommen und dann können Sie als Jury Ihre Stimme auch abgeben. Dann wünschen wir der Jury eine gute Wahl, ein herzliches Willkommen bei uns. Einen Applaus kriegen Sie natürlich. Darf ich Ihnen einen Musicalstar vorstellen? Einen Musicalstar der Pate oder Patin für unseren letzten Chor ist, den wir dann noch kennenlernen. Begrüßen Sie herzlich aus Stuttgart vom Musical Sister Act Sottwa Selele. Wow, ist das ein Bild? Welcome! Sottwa spricht perfekt Deutsch. Und ich möchte doch zunächst einmal nach diesem Coaching fragen. Wir haben den Filmbericht in der Landesschau gesehen und wenn man Sottwa da gesehen hat und erlebt hat, da hat man wirklich gesagt, die Frau ist ein Vulkan. So was von Temperament. Sottwa, du hast gearbeitet wie ein, im Schwäbischen hätten wir sagen, Brunneputzer. Wie ein Brunneputzer. Ich habe auch geschwitzt wie ein Brunneputzer. Echt? War es denn so schwer, dem Chor so ein bisschen was beizubringen? Nein, aber der Raum war recht warm. Also die Klimaanlage hätte etwas besser funktionieren dürfen. Sottwa, Sie sind es ja gewohnt, mit Castings umzugehen, vorzusingen. Macht sowas auch Spaß, ein bisschen was zu geben von dem, was man selber mal gelernt hat? Natürlich macht das Spaß, deswegen machen wir das ja auch. Carsten ist etwas, was in der letzten Zeit ein bisschen zugenommen hat. Sie haben das selber einige Male mitmachen dürfen und mitmachen müssen, nämlich beim Casting für Sister Act, für dieses tolle Musical. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt, der zeigt Ihnen mal so ganz kurz, wie es bei einem Casting zugeht. Der Premiere in Hamburg is gonna be played by Zoe. Die Frau weint, die Frau, die wir da gerade gesehen haben, das war keine Kopie, das war die echte Whoopi Goldberg. War die dabei? Ja, das war die echte Whoopi Goldberg. Was ist das für ein Gefühl, wenn man mit einem Weltstar zusammenarbeitet und die Wahl, das Herz dieses Weltstars auf einem fällt? Oh, es ist unbeschreiblich, wenn man bedenkt, dass sie kein Deutsch spricht und für diese Audition, so nennen wir das, alle Texte verstanden hat und gelacht hat und geweint hat mit mir, finde ich das einfach fantastisch. Es ist ein Ritterschlag, würde ich sagen. Ich meine, sie ist ja auch wirklich ein Goldstick, nicht nur weil sie heute so ein tolles Kleid anhat, sondern weil sie den Norden begeistert und auch den Süden. Gibt es eigentlich so einen Unterschied, ein Nord-Süd-Gefälle beim Publikum, bei einem Musical? Es gibt wirklich einen Unterschied, den ich nicht so explizit herausheben möchte, aber Stuttgart ist sehr, sehr warmherzig und die Stuttgarter gehen von Anfang an sofort mit. Das ist in Hamburg auch so, aber es ist einfach anders. Sie sind ein bisschen cooler, ein bisschen kühler. Naja gut, ich bin eigentlich auch aus dem Süden und deswegen vielleicht ist da eine Verbundenheit ein bisschen. Genau, das ist so der Lokalpatriotiv. Ich finde, Buri Goldberg hatte recht. Die Frau ist ein Goldstück. Sotva Selele! Und Sie können sich vorstellen, meine Damen und Herren, mit diesem Temperament hat sie auch den Chor, den Sie jetzt gleich kennenlernen werden, gecoacht. Und den wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Letzter Chor im Rennen heute. Film ab! Auch Platz 1. In Kostel, Tor Forst! Riesige Freude in Horst und ein verdienter Sieg. Chorleiter Heinrich weiß warum. Wir haben uns als Team zusammengeschweißt und haben wirklich Spaß dran gehabt. Zu Hause sind die 35 Stimmen im Badischen, und zwar in Forst bei Karlsruhe. Forst ist eine kleine Gemeinde, aber sehr schön da zu wohnen. Ihr Name ist Programm, doch das Herz schlägt fürs Musical. Als erstes war Herr, zweites Sister Act, dann hatten wir Jesus Christ und unser letztes war Mama Lou und das fünfte ist in Vorbereitung. Ach, es gibt wie immer zu wenig Männer. Deswegen haben wir auch eine Männerbeauftragte im Chor, die sich um unser Wohlbefinden kümmert. So, und was macht die genau? Da muss man sich halt ein bisschen um sie kümmern, dass sie nicht untergehen, dass sie Beachtung finden. Das ist toll, da kann ja nichts mehr schief gehen. Gemeinsam haben sie es geschafft. Mit Schuljagd, wir kommen! Viel Glück. Aber sicher. Schöne Bilder, die wir vom Chor gesammelt haben. Der Gospelchor Forst ist bei uns unter Leitung von Klaus Heinrich mit einem Klassiker der Les Humphreysingers. We are going down, Jordan. We are going down, Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. Jordan, we're going to walk the Havory Road. We are going down, Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. Jordan, we are going to walk the Havory Road. I was living the life as an Anglican, let me tell you all I changed to a Baptisman. He was living the life as an Anglican, let me tell you all he changed to a Baptisman. One nightel's walking on Fred consult, Untertitelung. BR 2018 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 Der Gospelchor aus Forst unter der Leitung von Klaus Heinrich. Ja, verehrte Gäste hier auf dem Stuttgarter Schlossplatz, werte Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen, Sie haben jetzt alle unsere vier Chöre gesehen und Sie haben auch alle unsere Paten singen gehört. Die Jury zieht sich jetzt zurück zu Ihrem Voting. Sie versuchen jetzt rauszukriegen, wer ist der beste Chor hier in Stuttgart heute Abend beim großen Finale. Alle Chöre, alle unsere Künstler haben natürlich gesungen. Live hier auf dem Stuttgarter Schlossplatz unter der Leitung von Klaus Wagenleiter und der SWR Big Band. Der besten Big Band überhaupt. Und jetzt, verehrte Zuschauer, sind Sie zu Hause dran, denn jetzt brauchen wir Ihr Telefonvoting. Telefonvoting. Also, ich gebe jetzt eine Nummer durch und da kommt immer eine Endziffer dran und die wählen Sie dann bitte. Das ist die 0137200202 und die jeweilige Endziffer. Und zwar im Kurzdurchlauf jetzt für Sie nochmal die Chöre des heutigen Abends. Das ist die Stimmband. Aus Schwäbisch-Gmünz-Straßdorf mit der Endziffer 2. 0137200202 und die 2. Der dritte Chor im Rennen waren die Murphy-Singers aus Stuttgart. 0137200202 und die Endziffer 3 für New York, New York. Und schließlich gerade haben wir Sie gehört, der Gospelchor aus Forst, die Endziffer 4. Und vorneweg wählen Sie bitte die 0137200202 und die 4 am Ende. Das waren Sie im Kurzdurchlauf unserer 4 Chöre. Also, ich kann mir vorstellen, diese Auswahl ist nicht einfach. Ich möchte nicht in Ihre Haut stecken. Schon mal alle Chorleiter und alle Paten hier auf die Bühne bitten, die Telefone sind jetzt geschlossen. Sie brauchen nicht mehr anrufen. Das Voting ist bereits durch. Wir wissen, wir persönlich, Michael, wissen noch nicht, wer gewonnen hat. Aber wir sind schon mit allem bewaffnet. Jetzt warten wir noch, wer zur Bühne kommt. Sottwar und Klaus Heinrich. Jens Ellinger, wo ist der Pate? Da kommt sie. Andre Franke ist da. So, Max Mutzke, Gabriele Grabinger und P. Werner und Annette Friede. Und vor allem Eddie Graf für die Juroren. Eddie, wie war es? Wie habt ihr abgestimmt? Es war, und da werden Sie mir beistimmen, meine Damen und Herren, richtig schwierig heute. Denn alle Chöre hatten hervorragende Stärken. Und die so ein bisschen auseinander zu dividieren. Ich kann nur sagen, unsere Entscheidung in der Jury ist sehr knapp ausgefallen. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, glaube ich, einen Punktunterschied zwischen unserem Favoriten und dem Nachfolgenden. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie Sie das machen. Es fehlt natürlich jetzt noch was ganz Entscheidendes. Dazu kommt Michael gleich. Aber wir können schon mal auf dem Bildschirm, auf der Großleinwand schauen, wie sich die Balken aufbauen. Das ist noch nicht das Ende. Das ist nur der Zwischenstand. Das ist nur der Zwischenstand. Denn jetzt, Eddie, wollen wir wissen, wie das Zuschauervoting aufgenommen wird in die Wertung. Wie wird es auch verteilt und gewichtet? Genauso wie die Jury mit Punkten von 4, 3, 2 und 1 gewertet wurde, haben wir auch das Zuschauervoting gewertet mit 4, 3, 2 und 1 Punkt. Und dieses Voting wird jetzt noch zur Jury dazu addiert. Wir warten auf die Balken und sie bewegen sich. Und hier haben wir jetzt in wenigen Augenblicken unseren Siegerchor. Meine Damen und Herren, Sieger beim Chorduell 2013. Baden-Württembergs bester Chor, die Murphy-Singers aus Stuttgart. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Murphy's Kontrast! Bitte alle Murphy-Singers sofort auf die Bühne! Herzlichen Glückwunsch! Aber wir haben ja natürlich nicht nur einen Gewinner, sondern wir haben drei, vier Sieger sozusagen. Und wir haben ganz schöne Urkunden von uns. Und da drauf steht, am Chorduell teilgenommen, Klaus Heinrich, einmal. Wir müssen das Chaos auf der Bühne jetzt ein kleines bisschen schlichten, denn wir wollen euren Siegertitel natürlich noch einmal hören. Sie sind da einverstanden, ja? Während Sonja versucht, sich einen Weg durch die begeisterten Fans zu bahnen, darf ich an dieser Stelle schon mal sagen, wir wissen... Hier habe ich noch eine Urkunde, nebenher. Jens Ellinger kriegt noch eine und seine Patin erfolgreich teilgenommen. So, jetzt bin ich wieder bei dir. Ihr müsst auf die Bühne zum Aufwarten, ihr müsst gleich singen, sonst mache ich das. Ihr müsst auf die Bühne, auf die Bühne, ab! Schnell, schnell, feiern dürft ihr nachher. Sonst müssen wir das singen, Sonja. Oh, schreck, also doch schrecklich und panisch. So ist es. Das war das Chordell 2013. Baden-Württembergs bester Chor ist gefunden. Es sind die Murphy-Singers aus Stuttgart. Es war ein spannendes Rennen, nicht nur heute, sondern auch im Vorfeld. Allen, die dabei waren und die mitgewirkt haben, ein herzliches Dankeschön. Dankeschön dir, Sonja, für die tolle Assistenz. Und schön, dass Sie mitgemacht haben, mit dabei waren, zu Hause mit telefoniert, gevotet haben. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder beim Chorduell. Und jetzt noch einen schönen Abend und vor allem tolle Musik mit den Murphy-Singers aus Stuttgart. Baden-Württembergs bester Chor.